Warum kommen sie erst jetzt? Es ging mir ja nicht schlecht. Aber jetzt hat er gestreut. Ja. Ja. Und wie sind die Chancen? Geschissen. Hallo da draußen. Heute leichtes Ziehen im linken Arm, Mittelfinger und Ringfinger kribbeln. Ich blogge. Aus dem Alltag einer Lungenfibrose. Es ist schlecht, Trauer in sich reinzufressen. Ja, ich mach da mal den Anfang, ne? Womit? Ich lass die Balkon-Tür offen, okay? Willst du noch mal was erleben? Ja, schon. Du nimmst ein Kredit auf, wir machen halbe Harte. Wir müssen nie was zurückzahlen. Wieso nicht? Weil wir da nichts tot sind. Das ist doch nicht fair. Ist es fair, dass wir sterben müssen? Ist es fair, dass du so eine bescheuerte Hafer wirst? Weiß. Das war's. Hol mir das Geld an der Kasse, oder? Haben sie es denn so eilig? Natürlich nicht. Warte, 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 warte! Wir lassen den Zufall entscheiden. Augen zu, zeig drauf. Augen zu, zeig drauf. Mombasa. Was? Geil. Supergeil. Hast du Spaß? Mega. Ich auch. Was ist das denn? Wir wollten doch als Ende der Welt. Mit dem Panzer. Bist du völlig wahnsinnig? Das kommt von deiner eingelegten Spinne. Das war Krabbe. Das hatte Haare. Oma. Es gibt den Tod überhaupt nicht. Es gibt nur den Moment davor. Und der ist doch gar nicht so schlecht. Was? 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 War das jetzt schon der geilste Tag? Das ist mir noch viel geiler. Es gibt mir meine Kohle. Ohne geilsten Tag. Keine Kohle. Ohne geilen Tag. Keine Kohle. Was? Was?